gestern abend hier am feuer die anna hat hier als man von ihrer apple erzählt hier und hat gesagt hier ach da war spannend doch der und hat die bisschen größer gemacht hat mich gefragt hier was willst du da ab hier tennisball oder fußball hier du das ist doch doch nicht ganz dicht hier du wieso möchten die das denkst du ich denk da hier fummelt da rum hier wenn da so fußball da drin sind oder was hier von natur aus super aber ich doch nicht hier so so botox dinge da oder wie das zeug heißt daher also die haben sie doch nicht mal hier machen sich da die fußbilder rein und sagen hier guck mal hier ich habe eine schöne buse hier fünf meter groß hier du das ist doch der wahnsinn das ist doch hier als wenn hier ein mann hier du sich ja an den tenter noch dran hält und sagt hier kommen wir hier super hier war so ding die shop hier jetzt doch hier da fehlt es doch irgendwie brauchst du doch da reicht doch kein schul da brauchst du ein richtiger doktor für die bern hier was die daran arbeiten ist es ist doch unglaublich ich glaube dass die finden immer mehr leute hier wo bis sie was an der apps habe und die wollen schule kämpfe hinein eingehen und hier dahin da müssen wir ja pennen da nimmt im dreck daher also wahnsinn hier unter markieren was noch denn da hat sich der angemeldet hier mit den der dos da hier doch das sind immer hier bis sie im dschungel hier macht nur bis sie unterhaltung hier ja nichts nichts hier nur wenn er was babbel verstehe ich nicht hier also jemals gut bis demnächst auch rein hier wie go juck tschüss